Mein Arbeitsplatz ist heute nicht im Homeoffice, sondern ich bin unterwegs auf Biermannsdorf zu der Loaca Swiss Recycling AG und mache dort eine Schnupperlehr als Rezyklistin. Ich freue mich mega drauf und bin gespannt, was mich alles erwartet. Für uns ist wichtig Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Freude am Arbeiten draussen. So sieht der Alltag als Rezyklistin aus.